Bumm, du stehst absolut im Weg. Hey, ich bin René von Paintomancy und herzlich willkommen zum Community Monatsmaler. Dieser Monat ist ja ein sehr besonderer Monat beim Monatsmaler, denn dieses Mal seid ihr gefragt. Wir sind nämlich gerade noch komplett im Umbau, denn nicht nur wird das Studio hier unten umgebaut und das ist auch eigentlich nur eine provisorische Setwand dafür, nein, auch unser Painting Service zieht um. Da das natürlich unfassbar viel Zeit kostet, haben wir uns gedacht, Monatsmaler ausfallen lassen, das geht gar nicht und jetzt müsst ihr ran. Wie könnt ihr also beim Community Monatsmaler mitmachen? Dafür haben wir bei uns im Discord extra einen Channel erstellt, der Community Monatsmaler heißt. Den Link zu unserem Discord-Server findet ihr unten in der Videobeschreibung, der ist auch vollkommen kostenlos, jeder kann also rein. Um zu beweisen, dass ihr beim Community Monatsmaler wirklich neue, unbemalte Modelle bemalt, nehmt einfach einen Zettel, schreibt da das Datum drauf und legt den mit in das Foto rein. Habt ihr also ein Foto von euren unbemalten Modellen zur Teilnahme des Community Monatsmalers eingereicht, heißt es jetzt natürlich den Monat über malen und hoffentlich nicht Panikmalen. Solltet ihr dann also letzten Endes euer Monatsziel erreicht haben, muss das Ganze natürlich auch noch cool festgehalten und fotografiert werden. Dafür hat der Ruben gestern extra ein Video hochgeladen, wie ihr eure Modelle möglichst einfach fotografieren könnt. Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, okay, also wir werden jetzt offiziell aufgerufen beim Monatsmaler mitzumachen, aber was habe ich denn davon? Also eigentlich habt ihr nichts davon, aber die coolsten Sachen zeigen wir bei uns im nächsten Monatsmaler-Video. Einen Teilnahmeschluss gibt es nicht, ihr könnt also auch wenn ihr das Video erst Mitte September seht, immer noch mitmachen oder euch genau überlegen, welches Monatsziel denn jetzt potenziell im nächsten Video gezeigt werden soll. Der Einsendeschluss ist der 30. September und zwar ganz Studenten-Uhrzeit-technisch um 23.59 Uhr. Und falls ihr noch keinen Monatsziel haben solltet, dann schaut doch mal beim Taschengelddieb vorbei. Da findet ihr nämlich unten in der Videobeschreibung einen Affiliate-Link und alle unsere Twitch-Subs und Patrons kriegen sogar noch 5% extra Rabatt auf das gesamte Sortiment. Also stellt euch euren Pie of Shame, formt euch im Schmiedefeuer des Monatsmalers und bekommt hoffentlich nicht die Schandetasse. Bis zum nächsten Mal.